Und das bringt mir... Ah, ich weiß, was mir das bringt. Ich glaube zumindest, das zu wissen. Komm raus mit dir hier. Du musst mir mal helfen. Ich hoffe, du passt hier durch. Wenn nicht, dann ist meine Theorie nämlich... Ah, du passt hier durch. Perfekt, danke. Gehen wir hier rüber. Nehmen den Spiegel weg. Und ersetzen den Lüchtern da. Na. Komm. Komm. Weiter. Komm schon, mach nicht schlapp, Prinz. Nicht schlapp machen, nicht schlapp machen. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Halt! Genau, so ist richtig. Und der kommt jetzt dazwischen geschoben. Und dann macht er fling fling. Juhu. Licht, Licht. Ist alles nur für so eine kurze Strecke. Also wirklich. Ich dachte, das ganze Licht geht jetzt durch den kompletten Raum. Pia, 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 pia. Ach, du holst offen! Hol's dir jetzt. Na los. Hol dir die Waffe. Endlich deine Belohnung. Vor allen Dingen, das nur für, für eine Waffe. Ich will ja nichts sagen. Aber das nur für eine Waffe ist doof. Nur für eine Waffe. Genau. Komm. Runter mit dir hier. Sei vorsichtig! Ich bin immer vorsichtig. Ja, so viel zu. Ich bin immer vorsichtig. Och, jetzt muss ich das doch noch so machen, oder was? Ist doch langweilig. Wer will denn hier schon regulär den Weg nehmen? So, bist du hier schon wieder unten? Ja. Na, dann. Och, ist gut, ist gut. Ich nehme den regulären Weg. Ach, Mannometer. Boah, das war Glück. Ich dachte, ich falle jetzt schon wieder. Und vorher trinken wir ein bisschen Wasser. Wasser trinken. Ach so. Das geht mir gut. Ich dachte schon. Hi. Ein neues Schwert. Yeah. Das sieht mal wenigstens anders aus. Das davor sah gleich aus. Also so voll gleich. Huah. Und Schmetter ist gegen den Boden, wie das andere auch. Siehste? Nö. Und was ist mit dem... Hä? Wo ist denn das andere hin? Ach, egal. Na, was ist jetzt aufgegangen? Das Dor da hinten. Los, 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 los. Lauf, 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 lauf. Lauf um dein Leben. Äh, denkst du... Was denkst du, was ich hier tue? Oh, oh. Na... Na... Zeitlupen abspannen. Bam. So. Weiter, weiter. Oh, endlich. Endlich raus aus diesem verfluchten Raum. Kommst du nach? Ähm. Fahrer? Kommst du? Nicht hier so ein auf Moonlight machen, sondern laufen. Ah, das sind Gegner. Das sind Gegner. Hey, hey. Fahrer, das sind Gegner. Okay, okay. Wenn ich loslaufe, dann schießt du auch, okay? Was? Los geht's! Los! Das war jetzt doof. Hui, schon wieder. Och, nö. Noch sowas zum Drehen. Nein, nein. Ich hab keine Lust mehr. Nein, 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 nein. Das sieht auf mich viel zu schwer. Mano. Oh. Ich leuchte aus dem Mund und aus den Wunden und ich hau auf den Boden genauso wie du. Genau. Baller alles ab. Yeah. Und tot. Yeah, die Kamera ist so waggelig wie noch nie. Ich würde euch ja gerne runterwerfen, aber ich glaube, das geht nicht. Yeah. Wo ist denn der andere hin? Kann ich dich runterwerfen? Ähm. Tschüssi. Was? Du lebst immer noch? Was ist denn jetzt los? Voll der Bug. Sei vorsichtig! Ich würde jetzt ja gerne auf den drauf fallen. Nee, okay. So, viel Spaß da unten. Äh. Komm. Lass den einfach da unten sein. Dem macht das schon Spaß. Auf dem Nichts zu stehen. Guck mal, ein Spalt. Ich kann nicht zerschlagen. Ein Spalt. Ein Spalt. Hallo. Spalt. Hm. Daneben nicht. Daneben doch nicht spalten. Lalalala. Dann gehen wir hier weiter hoch. Dann gehen wir hier weiter hoch. Und sehen. Wow. Nichts. Du müsstest durch den Spalt. Würde ich ja mal behaupten. Also, Fahrer, geh bitte durch den Spalt. Los, Fahrer. Pst. Oder liegt das jetzt daran, weil der da unten noch lebt? Würdest du mir jetzt nicht ehrlich erklären, oder? Ach, Mann, nee. Nur, weil der Raum jetzt nicht gecleared ist, oder wie? Sei vorsichtig! Ich krieg den nicht. Ich hab das so viel, all das schon einmal erlebt zu haben. Wow, du bist so schlau. Ich komm hier nicht weiter. Tut mir leid, Lothar, aber ich glaube, ich muss sterben. Das mal mit voller Absicht. Und weil's so schön war, noch mal gleich. Komm, komm, komm. Jetzt gucken wir uns noch mal an. Yay! Aua. So, okay, reicht. Wow, langsames Sterben. Ach, so ein Mist. So ein Mist. Nein, 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 das ist auch nicht Mist. Doch, doch. Das ist gerade so passiert. Das hast du doch gesehen. Alles nur, weil ich den Raum hier nicht machen konnte. Nee, das ist nicht schön. Ich könnte auch einfach da rüber... Nee, ich glaub, da kommt er nicht rüber gesprungen. Ich muss jetzt bei denen... Ja, ich bin so böse... Ich kann nur mein Messer hauen. Aua. Jetzt mach hier nicht einen auf Cheater. Du hast eben grad schon gesheetet. Das war immer zu viel. Ich mein, du konntest im Nichts stehen. Ja, ich wusste es doch irgendwie. Ich lag daran, weil ich den Raum hier nicht... Ach ja, richtig. Ich bin immer vorsichtig. Was denkst du von mir? Ich hab' ich gesehen. Ich hab' ich gesehen. Wow. Gut gemacht. Du hast dich selber gehauen. Du hast dich selber gehauen. Das ist nicht witzig. Bist du doof? Sind die alle doof? Ich weiß, dass da hinter mir jemand steht. Na komm, jetzt lass das doch mal, ne? Wir leben alle im Einklang mit der Natur. Mit der Natur, sagte ich. Nun, du Arschloch! Nur weil du nicht willst? Ich kann doch nichts dafür. Nur weil du nicht im Einklang der Natur bist, heißt ja nicht, dass ich auch nicht bin. Nur, Wandsprung! Juhu, endlich! Okay, das war grad doof. Und... War's das? Ja, endlich! Alle weg! Ich ziehe wenigstens was. Okay, ich geh' da jetzt speichern. Beim nächsten Mal mach' ich hier weiter. Es ist nämlich schon wieder irgendwie so rätselhaftes Rätsel. Und so. Versteht ihr, was ich meine? Man kann das Ding irgendwie nach oben bewegen. Schaut, ob ihr einen Schalter findet. Was? 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 Was war's? Was war'n das? Wieso fällt'n die da... Nein! Was soll'n... Ey! Ey! Was? Oh Gott! Woll' ich ihn betätigen? Nein! Noch nicht! Lass mich erst auf die Plattform! Echt mal! Und vorher geh' ich speichern. Mein Ernst, die fällt da einfach runter, weil sie nichts an mir vorbeikommt. Wow, wir fahren da hoch und dann springen wir so rüber und dann... Okay, wir müssen auf jeden Fall das irgendwie bestimmt richtig drehen, damit's richtig dreht. Und dann... Ja. Kommen wir halt weiter. Und laufen. Und dann sterben wir. Hurra! Yay! Das könnte ich gewesen sein. Eben gerade. Boah, 71 Prozent. Das ist gut. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Genau, Prinz. Du hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Sag ich schon auf der Plattform? Noch nicht! Lass mich erst auf die Plattform! Farah ist echt nervtötend. Na gut. Also, ja. Ich hab' das Wort dem Prinzen übergeben. Damit hat er gesagt. Beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder. Also, bis dann. Macht's gut. Und macht nicht zu doll. Also, ja. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, ja, und hm. Ja, also, hm, hm, ja, und hm. Gut. Dann, tschüss! 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 Seid ihr noch da? Okay. Tschüss!